Wie ordnet man die allgemeinen Kapitalmarktbewegungen in das eigene Depot ein? Welche Rolle spielen hier bei Benchmarks? Das soll das Thema des heutigen Videos sein. Im Restaurant schauen häufig auf die Entwicklung von DAX und Co. Sind wir bei 11.270 Punkten oder bei 12.000 Punkten. Man schaut vielleicht ein wenig auf die Renditen, aber letztendlich in vielen Fällen sind das nur allgemeine Marktdaten und wir müssen hinterfragen, inwieweit diese allgemeinen Daten für die persönliche Entwicklung relevant sind, respektive auch, ob sich unser Portfolio, also die individuelle Anlagestrategie, hier besser oder schlechter entwickelt hat, als es der Markt getan hat. Ich habe Ihnen das hier mal dargestellt für ein sehr naives Portfolio, was die beiden großen Vermögensklassen kombiniert. Einmal den globalen Aktienmarkt und einmal den globalen Rentenmarkt. Diese sind jeweils hälftig gewichtet mit einem sogenannten Rebalancing. Und wie Sie schon hier sehr schön sehen können, zeigt Ihnen diese Entwicklung mal die Spreizung der Renditen. Also was war denn im besten Fall in einem Jahr zu verdienen, was war im schlechtesten Fall in einem Jahr zu verlieren und das über verschiedene Anlagehorizonte hier nochmal dargestellt. Und wir können jetzt einmal beispielsweise auf der 12-Monats-Betrachtung hier schauen, okay, 5,09%. Diese 5%, das wäre die indikative Rendite eines Portfolios, was sich an der Verteilung von 50% Aktien zu 50% Renten orientiert. Sofern die Indienentwicklung darüber liegt, ist zu hinterfragen, ob diese beispielsweise aus Währungsentwicklung resultiert, ob individuell höhere Risiken eingegangen worden sind, als es der globale Aktienmarkt darstellt, ob vielleicht Absicherungsstrategien hier eine Rolle gespielt haben. Und das ist auch schon ein wesentlicher Aspekt, der meines Erachtens wirklich erforderlich ist. Auch bei der Umsetzung von privaten Anlagestrategien soll es eine Benchmarkverteilung geben. Beispielsweise kann die hier so aussehen, 50% Aktien und 50% globale Renten, wenn es eben dem entspricht, was vor dem Hintergrund der persönlichen Anlagestrategie als angemessen gilt. Und danach gilt es, die realisierten Marktbewegungen mit den eigenen Depotentwicklungen zu reflektieren, zu hinterfragen, warum ist das der Fall. Und dann bekommen Sie schon ein sehr gutes Gefühl dafür, sind Sie richtig positioniert, haben Sie vielleicht Chancen überschätzt, haben Sie Risiken unterschätzt und an welchen Stellschrauben müssen Sie vielleicht drehen. Dementsprechend ein passender Vergleichsmaßstab aus der Kombination repräsentativer Benchmarks für die eigene Anlagestrategie ist etwas, was jeder Anleger, sei es professioneller Anleger, da wird das ohnehin getan, aber auch auf privater Ebene sollte das eine Rolle spielen. Darüber hinaus kann man sich natürlich nicht nur die Entwicklung anschauen auf dieser sehr groben Ebene, sondern auch sehr detailliert. Dann brauchen Sie natürlich mehr Daten, das ist tendenziell nur für das eigene Depot möglich. Für Investmentfonds bekommen Sie diese Informationen typischerweise nicht, aber auch das habe ich Ihnen hier mal grafisch aufbereitet. Und was Sie hier sehen können, ist wiederum ein Vergleichsmaßstab für eine globale Aktienstrategie, dementsprechend der globale Aktienindex, dargestellt durch einen investierbaren ETF. Und was Sie hier sehen für die Experten, ist dann, welcher Effekt kam denn daraus, dass wir in unserer Aktienstrategie bei der Wahl der Sektoren von der Benchmark abgewichen sind, welcher Effekt kam daraus, dass wir innerhalb der Sektoren Wertpapiere selektiert haben und was war eben dieser Gesamteffekt. In diesem Beispiel sehen wir, unser aktiver Manager hat einen Mehrwert generiert gegenüber der passiven Benchmark. Er hat allerdings auf der Sektorebene etwas Performance liegen lassen, deswegen ist dieser Beitrag negativ, mit einer Null versehen. Auf der konkreten Auswahl der Wertpapiere hat er einen Plus realisiert. Also, das sind Punkte, die wir uns immer vor Augen führen sollten. Dementsprechend, wenn Sie sich mit Anlagestrategien beschäftigen und Ihre eigene Anlagestrategie konstruieren, versuchen Sie wirklich eine Benchmark zu definieren. Diese sollte aus investierbaren Indizes bestehen, also beispielsweise etwas, was Sie auf ETF-Ebene umsetzen könnten. Und dann können Sie hinterfragen, haben einen aktiven Manager für die Selektionen, für die Risikotragfähigkeit und für die Strategien, die Sie verfolgen, hier das erfüllt, was mein Portfolio auch generieren sollte. Also, Sie können einen Soll-Ist-Abgleich machen. Das natürlich nicht nur auf kurzfristige Perspektive, sondern im längerfristigen Kontext, da Sie viele Anlagestrategien in Ihrer Wirkung nicht in zwölf Monaten messen können, sondern in längerem Zeitraum, tendenziell drei bis fünf Jahre, hier sicherlich eine gute Orientierung. Das war's für heute. Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.